So, ich wollte mal wieder bei realer Irrsinn ein bisschen abchecken. Ich scrolle mich mal einfach hier schön ins untere Drittel und gehe mal hier rein. In diesem Hotel in Hamburg finden rastlose Menschen... Da war ich auch schon drin, als Corona war. Und dann haben die an dem Tag, als ich da hingefahren bin, in Hamburg, liegt nicht an dem Hotel, in Hamburg umgestellt. Und dann haben die an dem Tag umgestellt, dass man in Hamburg einfach einen Corona-Test braucht. Und ich bin richtig getriggert gewesen, weil ich musste dann irgendwo auf der Autobahn rausfahren und in Münster, war ich dann, glaube ich, Höhe Münster, musste ich dann irgendjemanden suchen, der einen blöden Corona-Test macht. Und es war so irgendwie 18 Uhr. Und dann hat ein Typ noch so ein Zelt gehabt und dann mussten wir da reingehen, damit wir noch einen Corona-Nachweis hatten. Wie weird ist das denn? Wer stellt denn mitten am Tag solche komischen Gesetze um? Das war so wild. Da war da keiner drin. Und unten stand hier ein Typ an so einer Bier. Die haben so eine Erdinger-Theke oder sowas. Und der Typ, Alter, der war so lost. Da meinte ich so, kann ich noch ein Bierchen haben oder so? Nach der Hinfahrt so ein bisschen chillen. Meinte der, nö. Und dann einfach die Gläser geputzt. Das war so richtig komisch da. Aber Moment mal, das haben wir doch schon gesehen. Das war der Typ, der nicht zurück nach Japan durfte. Ich glaube, ich habe die Geschichte schon mal erzählt. Okay, haben wir schon gesehen. Wir haben so viele schon gesehen. Das ist wirklich ein Thema. Das ist wirklich ein Problem. Nordeln. Egal. Ist mir egal. Wir gehen hier rein. Hier im Landratsamt arbeiten die kreativsten Verwaltungsbeamten des Landkreises Vorpommern-Rügen. Finde ich gut. Der Kreissprecher erklärt auch gerne, warum. Wir haben jetzt gerade in letzter Zeit einen großen Wurf gemacht. Wir haben uns völlig neu in der Außendarstellung gezeigt. Wir haben eine neue Internetseite, ein neues Logo mit einem Slogan. Na? Der neue Slogan lautet Wir Nordeln. Punkt. Eigensinnig, ehrlich, kreativ. Wir Nordeln. Sturm erprobt, wetterfest, stolz. Wir Nordeln. Natürlich, manchmal wortkack und humorvoll. Wir Nordeln. Genial. Mit Videos, Straßenschildern und auf Türen der Verwaltung wird künftig mit dem Nordeln geworben. Das Nordeln in aller Munde. Was ist denn das? Wir sind Nordeln. Wie heißt das Wort? Nordeln. Nordeln. Nordeln? Ich finde, das ist ein cooles Wort. Wie findet ihr das? Ich finde es cool. Nordeln? Nordeln. Nein, überhaupt nicht. Wir sind aus Westfalen. Ich weiß nicht, wer das ist. Da gibt's überhaupt nichts zu lachen, ihr Vorpommern-Rügener. Das hat sich... Klingt wie Orgel, aber der ist ja ganz gut. ...schließlich nicht der Praktikant ausgedacht, oder? Bei einem Führungskräfteseminar ist diese Idee geboren. Es ist die Idee geboren, sich zu beschreiben und diesen Menschenschlag hier oben zu entschreiben und möglichst daraus einen Slogan zu entwickeln. Und diesen schönen... Ey, aber wenigstens mal jemand, der im Amt sitzt und Rede und Antwort steht und kein blöder Brief, oder? Slogan liest man jetzt immer, wenn man Post vom Amt bekommt. Würden Sie sagen, dass das Nordeln Ihren Charakter... Warum hat sich das hier so erschrocken? ...beschreibt? Nee. Nein. Ich kann's nicht sagen, weil ich mich damit nicht identifizieren kann. Hört sich so an wie ein Nörgeln, ne? Wie ein Nörgeln. Der... Oh, ja, gut. Macht ihr ja auch. Aber wie sollen einfache Bürger auch komplexe, kreative Prozesse verstehen? Die Verwaltung produziert doch keinen Müll. Dieser Slogan, der dort entstanden ist, ist eigentlich... Jetzt sag ich mal ein schlechtes Wort, aber er ist eigentlich ein Abfallprodukt. Aus diesem Führungskräfte-Seminar. So ist das eben... Ja, und so haben die Leute das ja auch wahrgenommen. Das ist nicht gut. Eben, wenn Verwaltungsbeamte kreativ werden, manchmal... Aber er war schon stolz drauf und das ist ja auch was, was zählt. Wisst ihr, was ich meine? Wisst ihr, was ich meine? Es ist schon gut. Halbsanierte Brücke im ersten Durche. Die Golden Gate Bridge in San Francisco. Total langweilig. Die Tower Bridge in London. Völlig überschätzt. Vollkommen, vollkommen. Die coolste Brücke steht in Kühnheide im Erzgebirge. Hier. Die eine Hälfte neu, die andere Hälfte alt. Das ist... Ist doch cool. Ist doch richtig cool. Einzigartig. Altstadt, Neustadt. Einzigartig schön. Jetzt nach den abgeschlossenen Bauarbeiten sind wir hier lang und dachten, es kann nicht sein, dass hier eine halbe Brücke hingestellt wird. Doch, genau das ist ja das Geniale. Hätte man die ganze Brücke saniert, dann wäre diese Sehenswürdigkeit ja nie entstanden. Richtig. Eine europäische Glanzleistung. Denn die sanierte Brückenhälfte steht in Deutschland und die andere in Tschechien. Ach ja. Sieht halt jetzt optisch gesehen so aus, als ob die halbe Brücke ein Stück gemacht ist und die andere Hälfte nicht. Optisch gesehen vollkommen richtig. Die Anwohner sind aus dem Häuschen. Sieht ein bisschen ulkig aus. Ja, das ist eine Touristenattraktion. Tourismus bringt ja auch Geld in die Stadt. Richtig nicht. Wenn man so die Brücken sieht, überall werden sie renoviert und so eine Brücke wird eben bloß teilrenoviert. Man schämt sich eigentlich, weil das ist ja schlecht, wenn man das nur auf jeder Seite macht. Wenn die zusammenfällt, haben wir ja auch nichts davon. Entweder alles oder gar nichts. Aber in Tschechien hatte man leider kein Geld für die Sanierung. Der Landkreis Usti hat das geprüft und die haben uns also dort das abgesagt, wollten sich nicht beteiligen. Weil der tschechische Teil der Brücke so weit auch in Ordnung ist. Und in dem Zusammenhang hatten wir dann zu entscheiden, ja was machen wir nun? Nun was wohl. Hauptsache Geld. Hauptsache Geld ist wieder raus. Damit nicht nur das Budget gekürzt wird. Schnell mal halbe Brücke sanieren. In Kühnheide macht man halt halbe Sachen. Für den vollen Erfolg bei den Touristen. Es kommen sehr viele Wanderer vorbei, Fahrradfahrer, die hier einen Kaffee trinken oder was dazu essen. Und sie machen sich wirklich richtig lustig über der Brücke. Aber lachen verbindet doch. Und noch hält die Verbindung ja auf Seiten der Tschechen. Sie werden schauen, wann geht die Brücke kaputt und dann wird alles von vorne beginnen. Dann wird das Geld wieder verschwendet, sag ich mal, um eine komplette Brücke zu bauen. Warum nicht sofort? Na, Sie wissen doch, niemand hat die Absicht, eine komplette Brücke zu bauen. Kann man bei dem Dialekt nicht ernst nehmen. Ach, Quatsch. Ach, Quatsch. Äh, Steinhaufen für Eidechsen. Geht direkt weiter. Ich find's gut. Ich find die halbe Brücke jetzt turimäßig super. Also ich weiß gar nicht, was die Leute hatten. Sie ist eine von 6000. So viele Mauereidechsen leben hier auf dem Gelände des Bahnhofs in Untertürkheim. Den will die Bahn für Stuttgart 21 ausbauen. Deshalb müssen die Eidechsen nun umgesiedelt werden. Weil die Stuttgarter Echse aber eine besondere genetische Mischung ist, dürfen die Tiere nicht zu weit von ihrem alten Zuhause weg. Und deswegen möchte man, dass man diese Form, diese besondere Form der Mauereidechse eben nicht ins Land verbreiten und in Stuttgart belassen. Und da greifen wir uns einen Kopf. Der Eidechse ist doch das ganz Wurst. Die fühlt sich auf der Schwäbischen Alb genauso wohl wie in Esslingen oder wo auch immer. Aber zu Hause ist es doch immer noch am schönsten. Die Bahn hat deshalb im August 2017 diese Wiese am Stuttgarter Killesberg eigens für die Mauereidechsen umgestaltet. Einmal für so ein Jahr bei der Bahn arbeiten. Sagt mal ganz ehrlich, ihr hättet schon Lust drauf, um euch einfach mal reinzuziehen, was in dem Laden abgeht. Da sitzen dann Leute zusammen und sagen, wir schütteln erstmal Tonnen an Steinen auf eine Freiwiese neben solchen kleinen Strefergärten. Und ballern da erstmal 10.000 Eidechsen hin. Mit 14.000 Tonnen Gestein. Nur für die Menschen ist es hier seitdem nicht mehr so heimelig wie früher. Wir waren geschockt. Also das können wir als pragmatisch denkende Bürger nicht verstehen, was hier gemacht wird. Das ist für uns ein Schwabenstreich par excellence. Nein, das ist Artenschutz. Und der Umzug ins traute neue Steinheim kostet nun mal eine kleine... Digga, du wohnst da. Stell dir mal vor, du wohnst hier. Du hast dein ganzes Leben gewohnt hinter dieser Bäumekette. Und auf einmal kommen schon... Komm. Komm aus dem Nichts solche Bagger. Und ballern dir erstmal irgendwie 40 Tonnen Steine da auf der Wiese. Direkt vor der Tür und ballern dann noch dazu unendlich viele Eidechsen. Eidechsen. ...einigkeit nämlich 3,7 Millionen Euro. Für den Lohnzug einer einzelnen Eidechse haben wir bisher im Projekt zwischen 2.000 Euro und 8.600 Euro Ausgaben. Bist du bekifft? Ein lohnendes Investment. Auch wenn die Eidechsen heute nicht mehr nur hier auf ihrer eigens hergerichteten Fläche leben, sondern zunehmend auch direkt hier, nebenan, in der Siedlung. Ja, willkommen hier im Eidechsenparadies in den Südhanggärten. Genau das. Genau das meinte ich. Am Killesberg. Also im Sommer sind Hunderte hier. Und die fühlen sich hier zu Hause und wohl. Belegentlich kommen sie bis in die Wohnung rein, ja. Das hast diese Eidechse. Und ich bin furchtbar erschrocken und die wahrscheinlich auch. Und die ist dann unterm Schrank verschwunden. Ey, als ob. Das ist doch so ein Villenviertel. Als ob da nicht einer von denen irgendwie einfach die Bahn verklagt. Das kannst du doch nicht einfach machen. Die blaue Eidechse sucht sich ihre Ausgleichsfläche offenbar lieber selbst. Und ganz ohne Kosten. Was ihr gut gefällt, da ist sie selbst der beste Experte. Das ist kompletter Wahnsinn. Das ist einfach nur kompletter Wahnsinn. Ja, mit dem Rest machen wir wann anders weiter.